so willkommen zurück auf meinem youtube kanal ja diesmal bin ich selber nicht mit dabei aber das sind drei jungs aus meinem clan wir sind die german predators und dog mirror sitzt im type 4 dr eagle sitzt in leopard pta und christian in seiner lorraine damit ihr auch mal ein bisschen andere replays zu sehen bekommt ja ich sehe mir das ganze jetzt mit euch an also ich habe noch nicht gesehen was die da veranstalten ich nehme an der type 4 geht in die heavygasse da unten ist auch schon der dog mirror in seinem type 4 lorraine geht auf den hill zusammen mit leopard pta 3 10 der ging daneben ziemlich viele daneben war ich glaube lorraine ist auch kein sniper panzer so in dem sinne da hat jetzt nicht die allergenaueste dann hier oben ist aber ziemlich viel los mein lieber scholli so lorraine ist wieder nachgeladen und leo pta nimmt da unten den at raus 3 zu 0 3 zu 0 für unseren team der ist raus da nochmal lorraine hat noch drei schutz also spätestens jetzt hätte ich nachgeladen weil dieser eine schuss der macht noch nicht fett aber 3 53 ja im angesicht des feindes nachladen was geht denn hier hätte ich es ja mal gar nicht gut jetzt war schön vorbeigefahren lorraine hat extrem lange nachladezeit und so richtig richtig mega schnell ist der auch nicht der ist zwar schnell aber nicht so so mega mega schnell vor allen dingen wenn er drehen und wenden muss ist der eher wie so ein lkw der verliert sehr viel gefährlichkeit also lorraine habe ich gehasst wo ich mir die badjet freigespielt habe aber es lohnt sich wenn man hier durch ist und die badjet hat dann hat man einen panzer mit dem aus anfangen kann ok er geht flankieren ok jetzt würde ich aber schnell base def betreiben weil das sieht gar nicht gut aus ok lol lol nice mach der m 41 da ja ja oh mein gott warum warum rammst du denn den lorraine alter m41 was geht schnelle runde wir sehen uns bei den stats so hier sind die gefechtsergebnisse dr. eagle aus meinem clan in seinem leopard 3 kills 3500 schaden wirkungsfeuer fire of effect ne fire of effect ist doch ein wirkungsfeuer oder lorraine christian 2300 schaden 3 kills und dog mirror in seinem type 4 ja damit ihr auch mal ein bisschen andere replays sieht nicht immer die gleichen panzer die ich habe ich habe wie gesagt bald m48 petten und den tvp was heißt bald aber diese linien ziehe ich jetzt durch und dann gibt es auch paar replays von den sachen würde mich freuen wenn ihr hier abonniert und auch meinen kraft sportkanal ja und bewirbt euch für meinen clan ihr braucht nur ein tier 10 panzer links sind in der beschreibung wir sehen uns bis dann